Was ist eigentlich ganz normal, wie ein ganz normales Spiel? Die Vorbereitungen sind ja auch recht normal. Ich denke mal, das wird man erst realisieren, wenn man dann am Dienstag spielt. Aber ich denke mal, dass wir uns jetzt ganz normal vorbereiten werden auf das Spiel gegen Juan. Und dann mal gucken, was passiert. Wir dürfen natürlich nicht das Spiel locker nehmen. Die sind genau in der gleichen Situation wie wir. Und ich denke mal, die Chancen sind 50-50. Wir hatten jetzt nicht so viele Spiele zur Vorbereitung. Aber die Spiele, die wir gemacht haben, waren okay. Was ganz normal ist, denke ich mal, in so einer Vorbereitung. Wenn es darauf ankommt jetzt gegen Juan, werden wir sehen, wie wir als Mannschaft zusammen spielen werden. Aber ich denke mal, wir sind, was der Coach auch schon gesagt hat, schon ganz weit. Aber natürlich noch nicht perfekt. Ich denke mal, beim ersten Spiel versucht man definitiv das Spiel zu gewinnen. Und dann muss man halt schauen, wie das Spiel verläuft. Und die Rechnerei, denke ich mal, geht dann erst beim zweiten Spiel los. Aber ich denke mal, man muss in das Spiel reingehen, einfach um zu gewinnen. Und dann zu Hause dann auch das klarzumachen und auch darzumachen. Ich denke mal, für uns, ich denke, das Hauptsache ist, ist, einfach zu fokussieren und spielen jeden Spiel, game by game. Ich denke mal, nicht über die zweite leg. Wir haben zuerst, dass wir zuerst machen müssen, zuerst sehen, was passiert. Und dann kommen zurück nach Hause, und dann versuchen wir zu gewinnen. Und dann versuchen wir zu gewinnen. Wir können nicht zu weit nachher. Wir haben zu gehen, ein Spiel bei einem Spiel. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, zu spielen in der zweiten Spiel zu Hause. Weil, wenn man versucht, es zu halten, oder wenn man versucht, das erste Spiel zu gewinnen. Und dann haben wir, so zu sprechen, die zweite Spiel in der zweiten Spiel zu gewinnen. Mein Gefühl ist gut. Ich bin ein guter Mann. 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 Ich denke, wir haben ein guter Mann. Es wird ein bisschen mehr Zeit für uns, wie wir müssen. Aber ich denke, für was wir gemacht haben, und wie viel Zeit wir hatten. Ich denke, wir sind ziemlich gut. Ja. So far, es war großartig. Wir arbeiten sehr hart. Wir hatten eine lange Präparation. Die Leute sind großartig. Die Team sind gut. Wir spielen jeden Tag besser und besser. Die Praxis waren sehr gut und sehr hart. Und ich denke, wir sind sehr gut für diese Qualität. Es ist ein sehr hartes Spiel. Der erste Spiel ist sehr hart. Wir haben zwei Tage, um zu spielen. Wir haben ein Tag nach Hause und unsere Haus. Das ist es. Wir haben ein bisschen anders. Es ist zu früh. Aber wir haben gut vorbereitet. Wir haben gut gemacht. Wir haben ein Monat, ein Monat und ein halb. Und das ist gut. Wir spielen einige Spiel. Wir spielen gut. Wir spielen gut. Und ich denke, wir werden einen guten Job machen. Ja, das ist großartig. Es ist eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich hoffe, wir werden dann qualifizieren. Und wir spielen Euro-League dieses Jahr. Wir haben jetzt einen sehr schweren Job. Und das erste Spiel ist sehr wichtig. Und sie sind gegen R1. Sie sind ein großartiges Team. Und es wird sehr hart sein. Ich denke, wir sind so gut vorbereitet wie die anderen Mannschaften auch. Wir haben so viel trainiert, wie wir können. Und es hat uns viel geholfen. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall bereit sind jetzt. Ich habe ja den Monat trainiert mit dem Coach. Und wir haben die Systeme gemacht und die Defense-Stellungen und sowas. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gut drin. Ich denke, dass wir mehr Spaß haben. Die Mannschaft ist besser. Einfach mehr ein Team dieses Jahr. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall mehr erreichen werden dieses Jahr. Ich denke, dass wir auf jeden Fall vor jedem Spiel mit dem Ziel reingehen, dass wir gewinnen wollen. Und egal gegen wen es ist, egal was es für ein Spiel ist, wir wollen es auf jeden Fall gewinnen. Und mit der Mannschaft können wir, denke ich, gegen jede Mannschaft auch gewinnen. Deswegen muss es auch das Ziel sein.